Und ich habe mir jetzt den ganzen Abend zugehört eigentlich, weil ich habe mir, falls sie sich gefragt haben, warum rede ich nicht, ich habe so einen Übersetzer im Ohr gehabt und ich habe so ein bisschen Kritik an unserer heutigen Welt so ein bisschen verspürt und so weiter und ich muss als Kabarettist sagen, ich habe ein Riesenproblem, wenn ich mein Leben beobachte, ich glaube die Welt ist, seit ich denken kann, eigentlich immer besser geworden und das ist natürlich für meinen Beruf nicht gut. Es war wirklich schlimm, als ich klein war, als ich zur Welt kam, war die Welt verpestet, es stank, mein Vater hat gequalmt wie die Sau, unglaublich, damals ging man nicht zum Rauchen am Balkon, sondern zum Atmen, so war das, frische Luft schnappen, nannte man das, man schnappte nach allem, was man kriegen konnte, so was. Mein Vater, als er 80 war, haben sie ihm die Halsschlagadern ausgekratzt, dem war ein halbes Jahr lang schwindelig, weil er plötzlich Blut im Kopf hatte, das kannte der nicht mehr. Das war schlimm, mein Vater hat so viel geraucht, ich habe in meinen ersten Lebensjahren gar nicht gewusst, dass ich Füße habe. So weit konnte man bei uns nicht gucken, da waberte der Qualm über dem Boden wie beim ACDC-Konzert, ohne Sinn verstand. Das war ein Wahnsinn, so war die Zeit damals, das war alles anders, der Mensch selbst war damals noch anders, er war evolutionär zurück, er war viel näher an der Frühzeit des Menschen, er hatte Haare. Der Mensch hatte damals, das kann man jungen Menschen gar nicht mehr näher bringen, der Mensch hatte damals überall Haare, überall, Nase, Ohren, Nacken, Rücken, Brust und ich sage es Ihnen ganz ehrlich, bei den Männern war es oft noch schlimmer. Es war teilweise, es war teilweise, es war teilweise, vielleicht kennen Sie noch diese Bilder von den Hippies aus den 60er Jahren, wie die alle so nackt über die Blumenwiesen tanzen und alles sehen aus, als hätten sie einen toten Schimpansen um den Schoß genagelt. So war das damals, heute sind die Menschen kahl, heute sehen selbst alte Menschen aus, wie chinesische Nackthunde. Früher schimmelte bei denen unterm Arm die hochflorige Auslegeware vor sich hin, heute sehen Sie selbst im Sportverein bei den Senioren Penisse, die bommeln wie alte gerupfte Truthähne im Regen. Alles war behaart früher, überall Haare, die ganze Welt war voller Haare, wenn man irgendwo hin wollte, muss man sich durch Haare kämpfen. So habe ich das, so in Erinnerung, oder durch Nebel musste man sich kämpfen, Smoke hieß das damals, weil die Luft war ja verpestet, die Flüsse waren verseucht, die Ozonschicht löste sich auf, es war kalter Krieg, der Wald starb vor sich hin, es war wirklich schlimm. Jeder zweite Mensch auf der Welt hatte nichts zu fressen, so war die Welt damals. Die Welt ist heute ganz anders, heute sind die Flüsse sauber, geraucht wird am Balkon, der Strom wird mit Wind gemacht und noch jeder zehnte Mensch auf dieser Welt ist arm. Die Welt ist heute, und das ist eine objektive Tatsache, ein erheblich besserer Ort als damals. Natürlich gibt es heute auch Krisen, das weiß ich, ich bin ja nicht bekloppt, aber gehen Sie mal 30, 40 Jahre zurück, was da los war. Stand der dritte Weltkrieg direkt vor der Tür, aus den Müllkippen sickerte das Dioxid, die Fische schwammen auf dem Rücken. Scharnobyl war gerade explodiert, schlimm, überall war Krieg, war Terror, Irland, mitten in Europa, Baskenland war Terror. Bei uns in Deutschland, die RAF, es gab früher nicht weniger Krisen als heute, es gab nur weniger Medien. Das ist der Unterschied. Wir hatten weniger Angst damals, weil wir natürlich auch nicht ständig mit Nachrichten konfrontiert wurden. Heute wird man ständig, hat man die Nachrichten dabei, eben im Handy, Breaking News, dann hat man noch ein Tablet irgendwo rumliegen, Computer, da hängt noch ein Bildschirm von irgendeinem Nachrichtensender. Und dann warst du paranoid irgendwann und dann immer alles mit Bildern, früher hatte man Wortmeldungen, 100 Tote hier, 30 Tote da, dachte man, oh ist aber schlimm oder so nicht, aber heute sieht man die, weil man ständig dabei ist, im bewegten Bildern, weil mir da irgendein Arschloch gefilmt hat, anstatt zu helfen. So sieht das heute aus. Wir haben keine Distanz mehr. Wir haben keine Distanz mehr zum Elend dieser Welt, das ist unser Problem. Wir machen es gar nicht mehr klar, in den Nachrichten kommen doch nur die Abweichungen von der Normalität vor. Aber wenn man den ganzen Tag mit den Abweichungen konfrontiert wird, hält man irgendwann die Abweichung für die Normalität. Wenn das soweit ist, dann ist man gaga, ist man paranoid in der Birne, bekloppt. Deswegen haben wir ständig Angst, obwohl das Leben noch nie so sicher war wie heute. Das ist eine objektive Tatsache, deswegen werden die Menschen auf der ganzen Welt immer älter. Obwohl das Leben noch nie so sicher war wie heute, haben wir noch nie so viel Angst gehabt. Wir gehen ständige Angst durchs Leben. Gehen Sie auf einen Spielplatz, das soll ein Ort der Freude sein. Es ist ein Ort der Angst, wenn das dicke Mädchen zur Rutsche wankt. Das ist der ganze Spielplatz in Aufruhr. Sie will rutschen, sie will rutschen. Kommt alle her und assistiert. Wir haben früher auf der Fünf-Meter-Rutsche gestanden, auf dem Geländer balanciert. Und wenn wir runterkippten, gingen die Erwachsenen zur Seite. Die redeten einfach weiter, die unterhielten sich weiter und gucken vielleicht mal so beiläufig auf die Seite und sagten, aus Schaden wird man klug. Dann gehen die Unterhaltung weiter. Als Kind ging man ein paar Wochen lang so durchs Leben. Verrenkt war das. Hieß das damals. Dann ging man so und immer wenn man an den Eltern vorbeikam, musste man sich ihn anhören. Sisse, Sisse, Sisse. Der Junge war verrenkt. Was von allein kommt, geht auch von alleine wieder. Hat sich die Niere im Nackenwirbel verhakt, kann passieren. Die Deutsche Wildtierstiftung hat eine Studie gemacht über Kinder bei uns in Deutschland. Die sind da wohl offenbar zuständig bei uns. Ich weiß es nicht. Die haben rausbekommen, dass 50% der Kinder in Deutschland noch nie auf einen Baum geklettert sind. Ist das nicht Wahnsinn? Weil die Eltern natürlich immer daneben stehen und sagen, nein, nicht auf den Baum, der beißt. Die gehen heute mit Stuchzellen auf den Spielplatz. Ich habe das selbst gesehen, sonst würde ich das gar nicht glauben. Da fallen Sätze, die gab es früher gar nicht. Lauf nicht, sonst fällst du hin. Die sind ja nicht dicht. Früher fiel ein Kind auf die Schnauze, da sagte man, heul nicht, du Mädchen. Da kommt heute die Gleichstellungsbeauftragte von dem Spielplatz. Natürlich haben die Kinder Angst heute. Die trauen sich gar nicht mehr auf so einen Baum. Dann tun sie natürlich so, als wenn sie zu cool zum Baum klettern und sagen, Baum, klettersch nicht drauf. Schfickt ihm seine Mutter. So sind die drauf heute. Und die Eltern sind froh, wenn die sich nicht bewegen. Aber bitte, liebe Eltern, Kinder müssen lernen, dass das Leben gefährlich ist. Und da muss man die auch mal loslassen. Nicht nur am Spielplatz, im ganzen Leben, auch im Straßenverkehr. Natürlich muss man die ein bisschen, da muss man achten drauf. Aber man muss die auch mal lassen. Und natürlich muss man als Erwachsene helfen. Wenn ich an der Ampel stehe und da sind Kinder, ich gehe immer bei Rot. Ja, die müssen lernen, dass es auch böse Menschen gibt. Das ist so wichtig. Gerade im Straßenverkehr. Der Straßenverkehr ist voller Hass, voller Aggression. Alle hassen sich gegenseitig. Radfahrer hassen die Autofahrer. Autofahrer hassen die Fußgänger. Zu Recht, übrigens. Ich hasse die auch. Mann, diese Leute, die immer losgehen an der Ampel, obwohl es schon rot ist. Gehen die noch los? Das geht mir so aus. Ich meine, können sie ja machen. Grundsätzlich können sie das machen. Aber wenn sie sich beeilen, machen die aber nicht. Die rennen bis zur Straße, bis zur Ampel. Und in dem Moment, wo die den ersten Fuß auf der Straße haben, fangen die an zu schleichen. Nicht, weil denen ja nichts mehr passieren kann. Die fühlen sich vollständig sicher. Die haben Rot. Ich stehe da mit dem Auto, die gucken mich noch an. Durch die Windschutzscheibe gucken die mir in die Augen, weil die genau wissen, dass ich sie nicht überfahren darf. Und das ist ein Fehler im Gesetz. Es müsste ein Gesetz geben, dass ich als Autofahrer dreimal im Leben einen überfahren darf. Nicht dreimal im Monat, das wäre Anarchie. Dreimal im Leben. Dass der Fußgänger schon das Gefühl hat, dass er halbwegs sicher ist, weil er denkt, wahrscheinlich hat er schon zwei. Aber dass er trotzdem spürt, dass er sich nicht alles erlauben kann. Es gab übrigens früher 20.000 Verkehrstote. Jedes Jahr bei uns in Deutschland. Allein in Westdeutschland damals. Heute sind es weit weniger als 4.000 in Gesamtdeutschland. Es war früher nicht ungefährlich. Im Gegenteil, wir hatten bloß weniger Schiss. Man fuhr einfach los. Man machte sich keine großen Gedanken. Wie auch, man war ja besoffen. Heute ist überall Angst. Alle stehen da und sagen, oh, ich trau mich gar nicht mehr aus dem Haus. Ich will nicht sterben. Sie werden da draußen nicht sterben. Die meisten Menschen sterben im Bett. Schlafen ist die gefährlichste Tätigkeit auf dieser Welt. Die restlichen Toten kommen einfach noch dazu. Da gibt es genaue Statistiken. 7.000 Tote sterben jeden Tag auf dieser Welt. An Alkohol 13.000 jeden Tag am Rauchen. Das klingt jetzt viel, aber wir haben ja auch 7.500 Milliarden Menschen. 7.000, 13.000. Das ist auf 7.500 Milliarden nicht viel. Wie viele Menschen, glaube Sie, sterben in gewaltsamen Konflikten? 700. Von 7,5 Milliarden, hätte ich gedacht, wäre mehr. Ist aber nicht. Es gibt im Jahr so 45.000 bis 50.000 Terror-Tote. Die meisten übrigens in Syrien, Irak, wo sich Muslime gegenseitig in die Luft sprengen. Was laut Koran gar nicht erlaubt ist, aber so weit geht der Glaube nicht, dass man sich den Spaß verderben lässt. Und diese 45.000 bis 50.000, das können Sie sich ausrechnen, sind pro Tag unter 140. Und Gewaltopfer insgesamt auf der Welt 700. Das heißt, der Rest sind häusliche Gewalt, Schwarzer beim Falschparken erwischt in Texas und so weiter. Und die doppelte Menge ertrinkt in Seen und Flüssen. Jeden Tag, weil die halbe Welt nicht schwimmen kann. Deswegen, wenn Sie nicht mal aus dem Haus gehen, weil Sie Angst haben zu sterben, vergessen Sie es. Gehen Sie raus, nehmen Sie einen Rettungsring mit, das verdoppelt Ihre Überlebensschutz. Dankeschön. Applaus